Könnten das ausgebaute Rathaus bauen, aber müssen aufpassen, dass uns dann die Kosten nicht auffressen. Es gibt viel zu tun. Muss ich jetzt jedes Ding extra bauen? Nun gut, ich muss mir ein Bild machen, folge mir. Ja, geil. Kann ich beides gleichzeitig bauen, das ist ja ein Träumchen. Dieser hässliche Bretterverschlag, können wir das nicht irgendwie anders machen? Hier werden wir bauen. Genau. Ich bin bereit. Ich über. Wir haben noch. Es ist wieder Turnierzeit. Seht das jetzt schon wenigstens besser aus? Ja. Gut, dass hier noch keine Bänke stehen. Aber ich kann mich wieder von meinen Sünden freikaufen, was auch immer das bringen soll. Mann, dein Dorf ist ja der Hammer, was die Handwerker da so ein paar Tagen durchziehen. Ja, vor allen Dingen, ich habe schon festgestellt, dass es ein Tag ist. Also irgendwie habe ich nochmal was hingestellt, das stand dann halt immer noch da. Und an sich geht die Zeit halt nicht weiter so, ne? Marius, cremple die Ärmel hoch. Wohl gewählt. Begleite mich. Erstmal den Pilbel zufriedenstellen. Ein Gebäude können wir doch noch upgraden, glaube ich. Dann war es das aber. So kann man mal 30.000 Kohlen raushauen. Wir haben was. Holy shit. Als ob. Oh, Junge. Das sieht ja jetzt schon nicht so schlecht aus, muss man sagen, ne? What the fuck, ja. Also der letzte Arbeitsschrift zu dem. Aber immer noch diese hässliche Bretterwand da vorne. Das passt ja mal so gar nicht. Wiesste, das ist ein paar Tage später von wegen. Das ist immer noch der gleiche Tag. Aufgabe abgeschlossen. Immer im Turnierteil. Okay. Hier, ne? Voll pompös und so. Und hier, was, was ist das? Was zum Teufel? Und hier, hier ist noch so ein Stützbalken. Kann man das nicht schöner machen? Oh. So. Schon haben wir einen Pfarrer hier. Ey, Masada. Ich will mir meinen Pfarrer bitte selber aussuchen. So. Äh, wie viel noch? 8.000. Wie gesagt, wir sind mit 36.000 gestartet. Das ist normal für die Zeit, weil die so hoch ist. Okay. Aber die anderen Kirchen, die sehen alle besser aus. So. So. 8.000 kann ich mir nicht leisten. Ähm. Hm. 1.000, 2.000 sind das, ne? Ich überlege gerade hart. Äh. Hier könnten wir noch die Räucherkammer anbauen. Das wären 500. Soll ich die Stallungen bauen oder soll ich das Wachhaus bauen? Ähm. Wachhaus generiert weniger Geld. Insgesamt. Also zumindest generiert das Gebäude an sich 140. Dann, was steht da? Irgendwas für die Sattler. Ausrüstung für die Sattler, glaube ich. 70. Hufweiser aus der Schmiede macht insgesamt 175. Und dann nochmal, wenn das soweit ist, Pferde für den Händler nochmal. 120, glaube ich, macht 295. Und hier sind's definitiv mehr. Und wir sind safe. Komm. Ich habe mich entschieden. Wohl gewählt. Begleite mich. Das könnte jetzt, jetzt weiß ich nicht, wo wir hinrennen. Ich laufe einfach mal mit ihm mit. Äh. Okay. Ich dachte, er hält hier an. Die Wege des NPCs sind unergründlich. Guck mal, ich laufe rückwärts schneller als du vorwärts. Was? Was ist da los? Ich würde ja eigentlich gerne in den Wald umziehen, ne? Aber los geht nicht. Leider kann man hier nicht frei bauen, wie man möchte. Ich muss auch gleich hier nochmal richten. Und wenn's ein paar Tage später ist, müsste der Händler eigentlich wieder Geld haben. Ich guck mal schnell. Hat er nicht. Von wegen ein paar Tage später. Arsch. Hier? Hier werden wir bauen? Ja. Ich bin bereit. Ich... Hm. Alles da? Ja. Wie Ruhe hängst du aus dem Bauern, was erwartest du? Ja. Das stimmt wohl auch wieder. Hier. Ja. Hier ist da immer... Und dann. No. Ich nehme mich gleich ein Stück sicherer, ne? Aha So, keine Ahnung, keine Angst wegen dem Turnier Da können wir noch mal später dran teilnehmen So, jetzt gucke ich nochmal Wie es aussieht mit dem Geld 4000, ne 3000 Müssten wir noch haben Pro Tag generiert das jetzt wahrscheinlich so um die Keine Ahnung 500, 600 Gold Ah, 685 Sind auch gleich mal mehr People geworden Heftig 3,9 haben wir noch 3,9 Da ist nicht mehr viel mit investieren Schmiede könnte ich noch komplett ausbauen Räucherkammer könnte ich noch machen Äh, nochmal 100 dann dazugeben An Kohlen Und hier nochmal ein Schießstand Etwa 1500 weg Hier können wir nichts mehr ausbauen Dann könnte ich noch mal Würfelspiele machen Wobei die Brauerei mehr bringen würde Fehlen mir noch genau 100 Gold Ja Mensch Ansonsten haben wir eigentlich fast alles Bienenstöcke könnte ich noch herstellen Und dann wäre es das schon Heftig Brauerei 2000 Spielstand 1000 3000 Und dann nochmal die Räucherkammer Sind 3,5 Würde jetzt für mich Erstmal so passen Gut hier Wenn ich jetzt das Rüstwerk für die Waffenspiele machen würde Wären 250 Gold nochmal extra Wäre mehr als Die Räucherkammer Ja der Schießstand bringt halt jetzt nicht so wirklich viel Geld Ne aber Ich fühle mich da ein bisschen sicherer Machen wir erstmal die Brauerei Marius Kremple die Ärmel hoch Saufen will jeder Wohl gewählt Begleite mich Sind halt wirklich gut geschützt Hier laufen halt Bewaffnete rum Noch in Nöcher Ich weiß nicht ob man hier überhaupt angegriffen werden kann In der eigenen Siedlung Aber Ich bin ein bisschen Beruhigter Gott sei mit dir Heinrich Heinrich Schön dass du da bist Hier werden wir In der Ich bin bereit Alles da Wirklich mal einige Tage später Dann hätten die Händler wieder Geld Aber nee Was dann der Brauerei errichtet und fordern kann Der wird dann noch schenkt Ein regionales Bier Schenken Das so stark und herbst Das ist sein Name Priebes Klavica Eberbräu aller Ehre macht Wenn immer neues Bier gebraut wurde Findest du in einer Truhe der Brauerei einen vollen Krug Aber trink in Maßen Okay Achso ich wollte ja mal richten hier Richten wir mal Ruch und Lumia Zwei altbekannte Unruhestifter Streitet ihr euch wieder? Worum geht's diesmal? Ruch ist ne miese diebische Elster Dieser Schwein ist ein verdammter Lügner Hört auf meine Zeit mit Beleidigungen zu verschwenden Was ist passiert? Wie du weißt Meister Vogt Habe ich eine Tochter Und dieser Bast Ruch hier hat einen Sohn Und natürlich ist sein Sohn genauso ein geiler Bock wie sein alter Herr Er hat mein Mädchen geschwängert und sie dann sitzen lassen Was für ein Unsinn du Lügenmaul Wir sind eine rechtschaffende Familie Herr Aber seine Tochter Ein Flittchen durch und durch Jawohl Was zum Teufel Sohn verführt Außerdem hat dieser Bastard meine Kuh gestohlen So das reicht jetzt Einer nach dem anderen Beruhigt euch Was hat es mit der Kuh auf sich? Als sich sein nutzloser Sohn meiner Tochter gegenüber nicht anständig verhalten hat Versprach Ruch mir als Entschädigung für ihren Ehrverlust eine Kuh Das ist wahr Doch dann ist diese Dirne mit einem Baden durchgebrannt Ist das etwa ehrenhaft? Und überhaupt Jeder könnte sie geschwängert haben Erzähl mir mehr über deine Tochter Bild hübsch und ein gutes Mädchen Gleichwohl ein wenig Und steht Dieser Gockel hat ihr den Kopf verdreht und sie dann geschwängert Aber heiraten will er sie nicht Wer sonst wird sie nun mit dem Balk nehmen? Also einigten wir uns auf eine Entschädigung So weit, so gut Aber du stimmst mir gewiss zu, Meister Vogt Wo es keine Ehre zu verlieren gibt Gibt es auch nichts zu entschädigen Ein Mädchen, das mit einem Wanderbaden durchbrennt Was hätte sie tun sollen? Wo sie sich doch hier nicht mehr zeigen kann Dafür hast du gelöhnt Erzähl mir von deinem Sohn Nun, er ist nicht der Hellste Aber er hat das Herz am rechten Fleck und arbeitet hart Lumiers Flittchen hat ihm den Kopf verdreht Sich schwängern lassen und ihm dann das Herz gebrochen Ich selbst redete ihm die Heirat aus Denn lieber gebe ich diesem Bastard meine beste Kuh als meinen Sohn Das reicht jetzt aber Der Junge ist ein Dummkopf und ein Rohling Und meine Tochter ist gewiss nicht freiwillig mit ihm gegangen Ich wollte nichts mehr mit Lumier oder seiner Tochter zu tun haben Also stimmte ich der Entschädigung statt der Heirat zu Just als das Geschäft abgeschlossen war War das Flittchen weg Ich will meine Kuh zurück Du kriegst gar nichts Geschäft ist Geschäft Du bist schuld, dass meine einzige Tochter fort ist Mein Gott Was für Probleme die haben Ich habe genug gehört, um ein Urteil zu fällen Geschäft ist Geschäft Was auch immer danach geschehen mag Die Kuh gehört Lumier Hab Dank Herr Du bist ohne Zweifel weise Das soll gerecht sein Ich bleibe keinen Augenblick länger in einem Dorf In dem sich der Vogt der Gaunerei hingibt Was zum Teufel Also Ich finde jetzt schon, dass das fair war, oder? Ich kann ja auch nicht sagen Hier Gebt ihr das und das und dann Ach nee, ich nehme es wieder zurück Weil Das und das ist eingetreten Also ganz ehrlich, Leute Da muss man auch schon mal Hart, aber herzlich sein Also ich gucke jetzt noch mal Ob der Ob der Gute Schmied wieder ein bisschen Geld hat Bitte sag ja Zu deinen Diensten Mach's gut Nein Ich denke, wäre entweder der oder der Geht Entscheidung Was? Was? Achso Du meinst, dass der eine geht oder der andere Ja, ich denke mal auch Aber ganz ehrlich Von meinem Empfinden her Er hat ihm die Kuh versprochen Ist wirklich egal, was danach passiert Geschäft ist Geschäft Dann behält er die Kuh Also Wie gesagt Ich kann ja nicht einfach meine Meine Verträge zurückziehen Wie ich lustig bin Wo kommen wir denn da hin? So ein was können wir noch Oder zwei was Je nachdem Tausendenhundert Wird ja auch nicht mehr, ne? Ha Sind gar nicht tausend, ne? Weil das ist durchgekreuzt Und das sind auch keine zweitausend Ist halt ein bisschen blöd, ne? Wie viel sollen das sein? Also wenn es tausend wären, könnte ich es ja noch zahlen Joa, das macht dann die Entscheidung einfacher, ne? Dann machen wir jetzt noch einen Schießstand Könnten noch Würfelspiele machen Ja, dann reicht die Kohle nicht Es sind halt wieder genau 100 Goldstücke Die fehlen Mehr Sicherheit Ich glaube nicht, dass wir angegriffen werden Wir machen ein paar Würfelspiele Es gibt viel zu tun Fressen, saufen Und Glücksspiel Das ist das, was die Leute Am Leben hält Ich hätte jetzt noch Dürren gesagt, aber Das kann ich leider nicht hier bauen Eine Kuh für eine Kuh halt Ja Gott sei mit dir, Heinrich Mehr Sicherheit Kontra Glücksspiel Ja, ich weiß auch nicht, warum man kein Kein Bordell hier ersetzen kann Mondblume Ich habe genug Mondblumen Muss ich jetzt nicht noch pflücken Wenn das dann habe ich auch genug Heinrich, schön, dass du da bist Stimmt, Badehaus Aber Badehaus kann ich trotzdem hier nicht bauen Hier werden wir bauen? Ja Ich bin bereit Ich Wir haben noch Wir haben noch genug Er sagt, tut so, als wäre es Baumaterial Ja, aber es ist einfach nur Geld Würde mich mal interessieren, was hier 1000 Broschen gekostet hat Tische aufstellen, oder was? So, wenn mich jetzt meine eigenen Leute belasten Dass ich wieder Keine Fackel trage Hau ich ihn um Wollte nämlich schon sagen Das Ding ist Ich glaube, ich muss nur Fackeln tragen Weil ich bewaffnet bin Junge, die sind aber gut ausgestattet Mein lieber Scholli Ist jetzt die Frage, ob ich jetzt hier noch was bauen kann Oder ob es schon zu spät ist Ach, guck mal 2000 müssen wir plus machen Das heißt, mit dem nächsten Bau Haben wir das auch abgeschlossen Dann haben wir wieder eine Quest fertig Ähm 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 500 Ja Ist nicht mehr viel mit Mit Kohlen Es gibt viel zu tun Im Bauen ist es zu dunkel? Quatsch doch nicht Echt jetzt? In der Nacht bauen kannst du dir nicht leisten Ach doch Gibt er keine Gewerkschaft Der hat einfach keinen Bock Aber er arbeitet noch Oder flackern die Texturen Toll Toll Toll, toll Probe auf Exempel Leg mich hin Und schlaf nochmal die Nacht Essen kann ich noch nichts Wie dunkel kann das irgendwo sein Wow Ich muss in meinem eigenen Haus Ne Fackel anmachen Hier drinnen Was ne Truhe Was ne Truhe Ich glaube Das ist meine persönliche Truhe Brauche ich aber nicht Weil dafür habe ich ja die Truhe Ähm Finde ich ja schon mal super Dass meine Betten Verschwunden sind Ich hatte doch vorhin Wenigstens ein Bett Soll das jetzt bequemer sein Oder was? War noch ein Bett Auf dem Boden Aber Er legt sich jetzt da wirklich hin Ne? Mach keinen Scheiß Dann Ich kann mich nicht mal da hinlegen Wo Fell drauf ist Auch hier Äh Schlafen und speichern Gib jetzt die paar Kohlen nach außen Ne? Minus 40 Komfort Vielleicht trotzdem Ich weiß es nur nicht Ich darf nicht unter einem Bestimmten Sattheitsfaktor fallen Mach mal bis früh um 5 Ich glaube es war 70% Oder 75 Wenn ich auf dem Boden pennen würde Hätte ich plus 40 Komfort glaube ich Wie lange das Schwert ist Aus dem Topf essen So Hier ist kein Wasser drin Ich kann mich nicht mal waschen Also ich baue das jetzt noch Ne? Auf Teufel komm raus Ich baue das jetzt noch Und dann Ist aber auch mal gut hier jetzt Also Gut im Sinne von Ich hab kein Geld mehr Muss jetzt aber glaube ich Noch 2 Stunden warten Weil die Leute ja nicht Zeitig aufstehen So So ich habe gesagt Ich baue jetzt noch Die Rächerkammer Ne? Hey Moment mal Stimmt Nächster Tag Wir haben Geld Generiert Weil ich Generiere ja pro Tag 1100 Gold Und bevor wir jetzt bauen Wo ist mein Pferd? Kurz Die Probe aufs Exempel machen Oh ne Der Schmied pennt noch Dein Ernst Junge Gucken wir mal mit dem Händler Der ist bestimmt schon wach Super dass der Händler auch genau Am Ortseingang ist Das heißt wenn jemand hier Irgendwas überfällt Dann ist der als erstes dran Der steht auch gerade erst drauf Oder was Aufgestanden Solange will ich mal pennen Also gibt es ja gar nicht Gott sei mit dir Heinrich Ich hoffe ich kann dir von nutzen Alles Gute Er hat Geld Er hat Geld Wir werden Wir werden die Stadt komplett ausbauen Er hat 700 Gold Jetzt mehr Wenn der Schmied Auch 700 Gold Mehr hat Dann haben wir 3 2 Und 1 9 Macht 4 2 Macht 5 1 Boah Jungs Muss einfach mal Nicht aus der Stadt rausgehen Alles nehmen wir glaube ich Quatsch Ich wage es ja kaum zu sagen Aber habe ich dann wirklich Mein gesamtes Lager ausgeschöpft Kann das sein Frage ist ja kaum zu sagen Aber Könnte wirklich sein dann Einfach mal alles ausgegeben Einfach mal alles aufgebracht Und zu Geld gemacht Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Ehrlich gesagt Beschreien wir es nicht Das ist nicht so weit Na Dann müssen wir ja wieder Plündern und Vanditen ausrotten Ich bin so schwer Ich hoffe ich kann dir Du kannst mir sehr wohl Von Nutzen sein Vier Oh Er hat nicht einfach mal Nur 700 mehr Er hat fast das Doppelte Fast das Doppelte Leute ich will es nicht so Nicht beschreien Aber ich würde sagen Kriegen wir Nicht alles Oh Ausgepresst Aus den Bäden Hier seht ihr Was das ja auch schon wieder wert ist Nämlich nichts Nichts Woh 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 Es ist Eingetreten Ich habe nichts mehr zum verkaufen Was zum Teufel Was das überhaupt mal passiert Hätte ich nicht für möglich gehalten Ja die drei Eier verkaufe ich Weil die sind eh schlecht Hähnchen können wir dann Demnächst aufhängen Ich will es nicht sagen Aber ich bin pleite Also Gegenstände pleite Mäßig Hier 470 Das Buch könnte ich verkaufen Wenn ich Kann ich die anderen Bücher Die ich gelesen habe Verkaufen Brauche ich ja nicht mehr Kommt ja nur Platz weg Weg Hm Tja Was soll ich sagen Leute Das Geld Ist drin Das Geld ist drin Ich wiederhole Ich kann nichts mehr verkaufen Wir brauchen gar nicht mehr weiter Zum Händler Alles Alles weg Alles weg Das kann ich jetzt noch Zu Geld machen Äh Das nehme ich auch mal Ins Ich habe das Zweimal No way Geschenk ist doch gleich Um die Ecke Ne Das ist der Händler Der um die Ecke In die falsche Richtung Gelaufen Oh wie dumm Ich weiß auch nicht Ob das an einer normalen Bank Auch geht Hier hat hier natürlich Keiner Willkommen Heinrich Das ist der Händler Das ist der Händler Das ist der Händler Das ist der Händler Das ist der Händler